Ich versuche zu sagen, dass es keine Unternehmen in der Industrie gibt, die heute den hydraulischen Know-how und den Produktionen zu produzieren, nur für Nusswal. Hyperflow ist das automatische Nivellieren der beiden Tragarme und das automatische Entlüften des Hydrauliksystems, weil sie in einem Hydrauliksystem immer Luft haben, unterschiedliche Temperaturen haben und dadurch die Nivellierung der beiden Tragarme verlieren. Wir machen das so, dass jedes Mal, wenn sie in die obere Position fahren, dieser Vorgang entlüften und Synchronisierung der Tragarme automatisch vonstatten gehen. Die Hydraulik Lifts, die jetzt auf dem Markt sind, haben immer ein Mechanical Synchronisation System mit Kabel. Die Kabel arbeiten mit Pulleys und Hooks, aber unsere Luft hat es nicht. Wir haben nur die Hydraulik Hose, von einem Köln zu einem anderen. Deshalb sind wir flexibel, wenn die Luft positioniert. Wir können damit eine Musik um eine Menge zu reduzieren, damit wirsseitig, was die Gefühle sind, selbst die Gefühle oder die Gefühle sind. Die Beweisung ist schwieriger. Die Gefühle sind der Gefühle sind wichtig und wichtig. Die Gefühle sind völlig zu verschieben, wundervatiert. Das ist alles, was das wichtig, Du denkst, während er nicht gewählt. Das ist das eine interface. Wir können sich dafür bei euch